Willkommen beim Schnellstart. In diesem Video erfährst du, wie du die Spracheinstellungen änderst. Tippe in der Parent-App auf den Profilumriss rechts oben. Dort kannst du die Anzeigesprache und Inhaltssprache festlegen. Die Anzeigesprache ist die Sprache, in der Miko mit deinem Kind kommuniziert. Wenn du eine Inhaltssprache festlegst, erscheinen die in der Sprache verfügbaren Apps automatisch in der Talente-Bibliothek. Im Hubcenter unter help.miko.ai findest du weitere Infos. Los, Miko!